So, komm nicht mehr. Oh, falsch. Alles richtig gemacht. Alles cool. Ein verbündeter Pilot. Käpt'n, die haben uns sehr Milizpiloten geschehen. Feuer einstellen, er gehört zur SOS. Tag, Freunde. Mensch, wir hätten noch viele überlebt. Ich kann aber weitergehen, oder muss ich hier warten? Was bist du denn? Fein. Hab ich eben schon gewundert, was das hier für Teile sind. Kleine Titans. Nehmen wir die. Da ist so viel Schuss. Okay, hier kommen wir nicht raus. Oh, das ist ein Hammer. Ich fuhlte aber auch nicht kaputt. Ihr seid ein Zombie. Der hält noch ganz schön fest. Wow. Ich hab was gehört. Käpt'n, zack. Hat der nicht so. Schau. Was können wir noch? Oder gibt es? Wo ist das? Nachziehbar. Oh! Vieh! Alter, das ist doch scheiße hier. Oh! Wie kommt ihr denn hier rein? Noch einer hier! Wo sind denn meine Leute? Warte! Leute! Tür ist zu! Hallo! Sind alle tot? Na, wo sind die denn? Wo sind sie denn? Scheine noch welche, aber... Hallo? Unter! Terminkanate! Oh! Verdammt! Na, komm doch mal raus jetzt! Was sind das unsere? Die sahen doch mal, das sah aus! Ja, schade! Ja! Dreh dich doch nicht gerade in dem Moment! Warte! Ja! Ja! Ich nehme euch alle auseinander hier! Jetzt, komm! Zeig mir nicht deine tolle Waffe, die sieht nicht so geil aus! Ja! Oh! Da wäre die Reaktionszeit... Na? Guck da nochmal! Hey, ich hab hier... Wieder! Danke für die Hilfe, Sir! Weiter können wir nicht gehen! Sehen Sie vor, Sir! Wir sitzen hier! Ähm... Hä? Mit wem reden die denn? Alle... äh... also... Wo sind denn hier noch, Leute? Wo sind die denn hin gelaufen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ist das dunkel auch noch hier? Hier darf ich hin... Achtung! In Unterabteilung 3A liegt ein toter Prowler. Umgehend beseitigen! Oder sind die... Hallo? Wo sind die hier? Wo sind denn meine Leute? Die ich im Prowler anscheinend gerettet habe. Die ich im Prowler anscheinend gerettet habe. Ich will das machen? Nö. Hm. Na gut, aber es... Gab einen Dialog. Das heißt ja... Ich hab alles... richtig... ...gemacht. Okay. Oh Gott. Wie kann ich denn mit dem Damien schießen? Wie kann ich denn mit dem Damien schießen? Ich hab das Gefühl, wir sind schon seit Tagen unterwegs. Brauchen Sie eine Pause? Nein. Nein. Gut. Für Ruhe ist keine Zeit. Wir müssen die Mission fortsetzen. Ich weiß. Das ist ein Helm, oder? Jupp. Das sieht nach einem Helm. Gesteanalyse. Hm. Sorry, Dalak. Wer schießt? Ähm. Okay. Warte mal. Ähm. Falsch hin, gell? Kann ich hier? Aha. Cool. Boah. Nur Schrundflitte. Ich hab. Chaos. Sag mal. Jetzt kippen wir mal. Wollt ihr ihn noch die Muni klauen, oder was? Wollt ihr ihn noch die Muni klauen, oder was? Wollt ihr ihn noch die Muni klauen, oder was? Giff. Sehr schee. Die Giftmüllpunkten filtern jetzt die Automatik pro Kette anbauen. Was das ist? Gut. F*** damit. Müsste dann noch einer da sein, oder nicht? Hä? Hast du da was gesehen, oder nicht? Gut, hier kann keiner mehr sein. Ähm, ja. Oh Gott. Okay, ich hab gehört, ein Titan der Vanguard-Klasse und ein SRS-PO3 in meiner IFC in der Spitze auf. Wer du auch sagen magst. Du bist gern, lieber mein Freund. Ich hoffe nur, du bist besser als Death in der Spitze. Also, die Stimme könnte auch ein bisschen lauter sein hier. Und, fein, wer ich bin. Ich bin GM-King. Nein, nicht. Ja, und es wird auch... Hinten ist auch bei denen die Strasse. Gut, die Granate, warum sonst? Was sieht aus wie Feuerwerk? Cool. Was ist denn da oben jetzt? Na, Freischheit. Oh Gott. Da können sie aber daneben schießen, oder? Okay. Jo, dann. Dumpelmeer. Mal schön weiter hin. Sind das eigentlich hier viele Teile? Hm. Ich bin da verloren. In Game. Oh Mann! Phiko... Naa. Du weidest Seit Zeiten der Vanguard-Klasse! Vermutlich SRS! Vermutlich SRS! Alle Vanguards gehören zur SRS! Ach komm! Wenn du den Job nicht gewachsen bist, dann breit ich dich! Trieb mir das so lieben! Ich eier den Fließstoffe! Wann war das denn? Na gut, jetzt ist er schon wieder vorbei! Giftmüllkumpen, bildern jetzt die automatische Defensanlage, Puppel 3! Die sind nicht böse! Die reparieren doch! Den ist gut! Sie müssen aufpassen, Pilot! Das kannst du laut sein! Du auch, BT! Wo steckst du? Fragen wir mal, wo er ist! Du auch, BT! Wo steckst du? Ich folge dem Schlammstrom! Die Strömung ist stark! Das deutet auf einen Ausgang hin! Rücken Sie weiter vor! So! So! Warte mal! So! Ah! Okay! Verstehe! Man kann es zumindestens noch vom Design her leicht erkennen, wo man hinkommt und wo nicht! Also wenn man so ein bisschen weiß, wie der Abstand jetzt auch sein muss Oh! Ganz komisch lang gelaufen! Das war völlig schön! Hm! Hätte mich mal interessiert, ob ich da drauf auch stehen hätte können! Wir wollen ja nicht hier! Komm, jetzt bleiben wir nicht hier! Ähm! So, da müssen wir jetzt... Ähm! Okay! Zu weit gesprochen! Ne, alles! Alles heuchtig! Genauso weit wie das... Wie laut! Unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen! Ah! Ah! Oh Gott, war das doof! Ah! Ah! Oh! Wo ist er hier? Ah! Ah! Wo ist es gemütlich! Ja! Okay! Auch komisch! Komischer Kontrollpunkt! Aber gut! Ähm! Da müssen wir hin! Ja! Ich wollte erst... Irgendwie schlafen... Da wollte ich... Ach! Ist ja egal, was ich wollte... Hat ja persönlich... Äh! So! Das war auch so geplant! Ach! Der hätte bestimmt gar nichts gemacht! Sondern... Unnötig! Unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen! Das ist cool! Ja! Ist cool! Vermisst du mich schon? Ach komm! Kleingeg! Der muss sein! Vermisst du mich schon? Mit Verlaub! Warum sollte ich sie vermissen, Pilot Cooper? Vergiss es! Mann, das war ja so ein kleiner Gig! Oh! Ich sehe ihn schon! Ist genau dahinter, oder? Oder ist er etwa jetzt in dieses Rohr? Ist ja komisch! Vom Spiel her! Ja gut! So ist er jetzt drin! Ah! Da sieht man ihn jetzt so richtig! Service! Ist hier noch etwas drüber? Jo! Freut mich dich zu sehen, Kumpel! Freut mich ebenso, Pilot! Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer! Ich markiere sie auf ihrem hart! Also... Ja gut!